Hey tschau zäme! Willkommen zurück in der Abkiste zur nächsten Folge, nämlich Folge 4 von YouFinder. Ja und langsam zieht es doch ein bisschen an, also neugierig so, das ist nicht mehr gerecht, aber äh, jetzt langsam geht es los. Immerhin zeigt es einem manchmal noch ein bisschen, wo das Insight gemacht hat und es mal wieder zurückgegangen. Okay, es ist immer eine Freude einen Meister bei der Arbeit zuzusehen. Fantastisch, mal mich als nächstes. Das regt zum Denken an. Ja! Ah! Da will er hinsetzen. Das dauert doch nicht lange. Ja, Elgato! Hu hui! Okay. Machen wir noch ein paar Sonnenkollektoren, aber da müssen wir doch nicht. Da müssen wir doch nicht. Da müssen wir doch nicht. Okay, also. Schnell studieren, was uns das hier will sagen. Wir müssen alle einzelnen Farben, glaube ich, haben zum Schluss echte Bilder gefunden. Da den Hebel ziehen. Dann kommt da mal die Farbe. Okay. Dann brauchen wir noch die andere Hebel. Also das heisst, der, was wir da unten gesehen haben. Umzuzeln. Dann haben wir da mal noch die Vorrede. Dann gibt es eine ganz amüsante Mischung. Ja, wir werden da natürlich... Brainstorming. Rumschubsen, die Tassen. Oh. Schaut. Ja. 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 Wenn man mega intelligente Leute miteinander Poker spielt, da stehen wir noch recht amüsant vor. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay, ich kann ja eigentlich auch einfach da drunter laufen. Ja, ist ja gut. Jemand hat seine Teekannen vergessen. Seine Kaffee-Rannen, die Teekannen. Oder noch? Zum Glück ist der vernünftige bei der Sitzwunderwahl. Du meinst den unverständlich gut aussehenden Kerl mit dem ausgezeichneten Modebewusstsein? Wie habt ihr das schon gewusst, dass ich auch rum? Ich nehme es zurück. Mist. Ups. Ja. Ich frage mich, ob das auch irgendetwas zu sagen hat am Schluss. Das Ganze. Upsbäume. Oder Heilbäume wie die Regenbogenbäume. Antiseptische Blätter. Bitte nur praktische Vorschläge. Ich schliesse mich die Reihe als Idee mit dem Regenbogenbäume. Das ist einer der beeindruckendsten Werke der Natur. Biofilter auf Pflanzenbasis. Arleum modelliert Biofiltrationssysteme. Bio-coole Chargentests. Ist sicher lustig, wenn man jetzt nochmal schaut, wie ich beim Arleum studieren musste, wie man das ausspricht, bis ich checkt, wann das ein Name ist. So. Und dann sollte ich das jetzt eigentlich da passen. Oh, da tut mir leider nichts. So. Tak. Oh, ja. Cool. Es lädt. Und jo. Da sind wir wieder. Einer erledigt. Dann stopfen wir da wieder die Blumen zum nächsten. Da sind wir ja wieder in dem Haupt drin. Da wissen wir ja was. Ah ja. Mhm. Ja ja. Das sehe ich auch so. Zum nächsten Level teleportieren. Das machen wir natürlich. So. Wenn wir da auch wieder Schalter umlecken. Da oben hat es noch einen. Es. Es. Wer heisst das schon wieder? Grammophon? Und da hat es noch wie so einen Ausguck. Ich glaube, dass ihr Name ist Melanie. Einige von Varayas mehr spieler Arbeit. Okay. Das. Ja. Ich verstehe wieso Melanie. Ja. Da hat immer noch ein bisschen Hunger gehabt. Es fällt mir auf. So. Kamera nutzen. Durch den so her schauen. Ah. Okay. Dann können wir die bewegen. Die können wir gar nicht bewegen. Okay. Dann machen wir kurz zweifeln. Wenn wir da mal so einen Stagge hätte. So. Ich werde das öffnen. Ich werde die Elektronik von Biochar verarbeiten. für einige Tage. Jetzt. Ich habe immer wieder auf die Erfache. Die Weltkronikverte. Die Rechnung. Die Erfache. Die Erfache. Die Erfache. Aber es ist nicht genug. Der Erfache. Das muss ich nicht. Ich werde es nicht. Das. Sie sind fertig, sonst hätte ich mir natürlich nie erlaubt, sie zu unterbrechen. Rainy. Nein. Bitte nur meine hübsche Seite. Wenn wir dann... Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sollen machen. Können wir... Kann ich das auch irgendwie ablegen? So. Kann ich dann... Durch den Zug schauen? Nein, wir können nicht... Die Kameras können wir gar nicht bewegen, also vielleicht läuft ich jetzt noch nicht. Das könnte man schon noch vorstellen. Oh, da brauchen wir zwei Batterien. Kann man selbst dahinter schauen, oder? Da wirst du niemand erwarten. Verbesserung. Rückerbeine Dosis zur Erhaltung der Wurkel. Gefährdet. Zwei zusätzliche Dosen benötigt und auf Bräunung machen. Wort hat es mir offen. Sichtbares Wachstum von Probe B. Kontrollprobe während der Umweinung. Stoff plus Umwandlung riskant, aber die Acetatsynthese ist ideal. Niedrige Acetatwell. Neuer Anlauf. Erhöhe Biokohledosierung zur Vorbereitung auf Neustart. Stagnierendes Wachstum bei Probe B. Kontrollprobe umwandlung. Ja. Hallo Kätzchen. Hallo. Na? Dann immer noch nicht bewegen? Okay. Wieso können wir dann überhaupt durchschauen? Dann haben wir noch diese hier. Dann haben wir hier noch eine. Wir brauchen aber glaube ich noch mal eine. Ich hoffe ich habe das nicht weggepengelt hier drin. Aber ich habe eine Lösung für das. Ei, ei, ei. Das mess von meinem eigenen Making. Er muss wissen, was Mirrah hat sich gearbeitet. Er hat sich in ihrer eigenen kleinen Körner geworfen. Vielleicht kann ich einen Weg finden. Das wird uns zurückgekehrt. Menden relationships oft felt harder für Haraya als Tempten zu ihren Plans. Ich weiß, warum sie immer in den Effort, der Spital. Also irgendwie sind da in den verschiedenen Biomen unterschiedliche Leute unterwegs gewesen, um Sachen zusammen zu zusammen zu riemeln. Aber ohne ein Land hat es irgendwie auch nicht funktioniert. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade vielleicht hier aus Versehen die zweite die zweite die zweite Batterie versammelt haben. die zweite die 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 Ihr wisst. Von Batterie getroffen. Ja. Hm. So. Ähm. Wo rennt denn die zweite Batterie? Sie? Ja. Ich zeige ihn wohl. Da. Ah, ich komme dort oben. Hier ist ja gar nichts. Ich könnte natürlich auch. Das wäre es, wenn ich irgendwann auch noch ein Foto von einem Foto machen würde. Und wenn man jetzt die Fotokamera nochmal benutzen würde, dann sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus. Jetzt hoffe ich etwas hier oben. Aber da ist aber keine. Ha? Okay. Oben ist auch nichts. Hier nochmal. Jetzt können wir anfangen. Ah, ich... Ich glaube... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann nicht nehmen von der Klavierbatterie. So. So. Machen wir so. Ah, das ist eine sehr leise Lösung. Yes! Genau so machen wir das. Juhu! Ich habe einmal etwas Schlaues gemacht. Scherzi, Rainy! Gewöhnt euch aber nicht daran. Und... Hey, unbedingt! Ich habe mich gefragt. Was bringst du hier? In der Simulation? Äh... Nicht, dass ich die Firma minde. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Ich finde, du bist ziemlich leidenswert. Und Spaß. Sie haben... Hallo. Ja... Ich würde euch jetzt gerne strecheln. Aunehmen. Okay. Okay. Okay, okay. Hallo. Hallo. Oh, die Ditte. Okay, okay. Überlegen, überlegen. Was haben wir da? Haben wir nicht machen. Oh, ich erinnere mich daran. Araya hat mir gesagt, dass es Kraft gibt, in etwas zu nötigen. Ich bin nicht sicher, dass ich es bin. Aber du hast eine Handlung an Dinge. Nein. Ja, und jetzt? Okay, wie cool. Aber ich glaube, ich muss da das Tod ja auftun. Es schnitzt irgendwie. So schnitzt irgendwie das ganze Ding nicht. Ich zeige mir jetzt, dass wir die Foto drin noch haben. Ich muss die da etwas so ausrichten. Haha. Smart. Aber was, dass das Gamecomputer drin war, ist keine Ahnung. Das haben wir ja auch noch gehabt. Uh. Es läuft. Ich habe einen kleinen Lauf. Ich habe das Gefühl, ich mache ein, zwei schlaue Sachen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich würde euch helfen. Ich würde euch helfen. Die Fotoer haben hier viele Rekorde verlassen. In case, dass sie wieder zurückkommen würden. Ich frage mich. Ich hoffe, es wird dir von etwas. Wir sind einfach am Foto da lassen. Das ist schon mal sehr geil. Aber was mir das irgendwie helfen soll... Hm. Und da kann man echt... Wow. Das ist das Avocados da oben drauf. Das sind gar keine Shrimps. Und Fischköpfe. Sehr seltsame Fischköpfe. Ähm. Also weisst du, eben was... Gut, wahrscheinlich... Wahrscheinlich könnten wir in diesem Spiel wieder tausende Sachen machen. Die ich gar nicht checke, sondern ich spiele einfach mehr oder weniger. Was? Was ist das? Ich spiele wahrscheinlich einfach wieder das Spiel durch, ohne zu checken, was danach alles möglich wäre. Aber äh... Ich finde sicher wieder etwas einfallen lassen. So, da brauchen wir... ...zwei Batterien. Jetzt noch ein Foto. Von einer Batterie. Jetzt wäre es gut, wenn wir das andere doch auch kopieren. Zwei. Ah. Verdammt. Das darf ich nicht machen. Oh nein, das darf ich nicht machen. Aber so. Aber so. Und jetzt. Das darf ich jetzt nicht so. So. Da. Das müsste jetzt auch da bleiben. Sehr gut. Sehr gut. So. Das gilt dann. Und... Tack. Mit überall anstossen. Hat man irgendwo etwas... ...vergessen? So ein... ...Entchenmagnet zum Beispiel. Sieht nicht so aus, ha? Da ist alles safe. Da. 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 Da ist ein Bassa. Sieht nach Bassa aus. Glaub ich. Aber der bekam mich da wirklich nicht so aus. Vielleicht sind das für auch alles Bässe gewesen so genau. Das habe ich gar nicht hingeschaut. Hey, hast du antwortet! Ich habe versucht, nach vorne zu schauen, aber die Simulation ist ein bisschen verrückt. Du bist der einzige, der hier kann. Wenn ich mich überrascht hätte, dann müsste ich was von der ganzen Forschung sich umgekehrt werden. Und wenn ich eine delicate Maschine wäre, die Klimaschutzveränderung, dann wäre ich tief in einem Labor. Anyway, ich mache mein Bestes hier. Find diese Maschine, ich freue mich auf dich! Wie hat mir das gegeben? Eine delicate Maschine, etwas mit dem Klima zu tun? Ah, das klingt sehr familiar. Sie haben also hier etwas im Klimawandel studiert, wenn ich es richtig bestanden habe. Aber hey, bevor ich jetzt hier wieder irgendein Zeich mache, sage ich, danke vielmals für's dabei sein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn wir in der nächsten Folge auch wieder dabei wären. Bis dahin bleibe, sauber! Macht Scheisse! Uuuuuh, tschüss! Zusammen queens分iert. Jetzt bin ich vom Nee, weil wir sind in derbased